ein aufs mitte aber das steht noch um die war nice die war noch besser alter wer ist das alter lecker lang ist keiner seht's nur hier das riecht eher nach lang einer lang auf den spot der letzte oh leer blöd steamer b dead 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 Position Spray and pray Letzter Slang Land an Seite Du wolltest mir schon ans Gesicht schließen, Maya, ich hab's doch gesehen Nein Nein, nein, nein Macht einer von euch in Mitte oder ist die frei? Ich guck ab und zu mal, also Maya macht ja B, ich guck dann Mitte immer Let's go people Stay here Hold this position Grenade out Das ist ein Negativ Join fire Two bad guys left Hey Wuh, 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 wuh Das ist der Sound of Maya Du, du Du Grenade out Wo ist der letzte? Kann er nur den Cutters sein Oh That was your ace, my friend Schade Mach mal bitte Mach mal bitte Cover this area Kannst dann Ahnung So, der erste ist schon mal gegangen Let's go Gegangen, gegangen worden Gegangen worden Alter, das ist nicht sein Ernst Du wolltest Mitte Flashbang Join Flashbang 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 Oh Der steht ja schon neben mir Geil Wo war der? Rechts Da Da ist schon einer aufm Spot Ach lang auch Letzte lang Mit Aave Oh jetzt Duell Da musst du gehen wollen Genau Sicher Durch die Regenrinne Durchgeguckt Der einzige der kein Geld hat ist Flo und Bot Bot Frank Aber der hat auch schon wieder Deftig eingekauft Let's get this done Oh, die kommt ein bisschen kurz oder? Ja Eine kann putzen kommen Jo Frank hat die Schüsse auf sich gezogen Great Hit hat er geschrieben Keine 4A irgendwo sein Einer ist lang Achtung Er legt mich nochmal um Will mich veräppeln Diese scheiß Pisswaffe da Letzte Waffe Letzte Uncut Schönen ausgesessen Mh, ist das dein hübsches Knife was du gezogen hast? Flo Ne, das hab ich gekauft Ähm Ähm I make meet my friend So wie Headshot Ich sag Buddy Hit Ja Ne smog sich ab Hec wie gar nichts Ich hab eben auch abgesmogt und hab vollgasiert Hehehe Hehehe Toin smoke Smoke Incendiary out Grenade Der hat kassiert Der hat kassiert Ja, wieder hoch Der hat kassiert Der hat kassiert Ja, wieder hoch Schön Schön Ah, noch eine B Was ist der mal nach oben bitte? Komm bis bei mir Hehehe Okay, okay Können wir einen auslegen? Der Bot vielleicht Bot? Hintetrop? Ich hätte auch noch M4 legen können Aber ich habe gehört du würdest die Farmers haben und immer Barz-Dot glaube ich Ja Hab ich auch gehört Oh Ammon B Ammon lang Ammon lang? Ammon lang Oh der switcht runter die Waffen Eier schießen nicht vergessen Ich sehe keine Ahnung was ihr hier ansagt Das ist Die Colts Die Colts are real Und B Alle? Alter Schwede der kommt zu viel aus Ja Ja Das war der Bot Das war der Bot Das war der Bot Das war der Bot Jetzt kannst du Also einer Also einer Keine Ahnung B ist sauber B ist sauber wollte ich sagen Eier 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 Was machen wir jetzt dann A-Steps? Latero Der Fuß, der Fuß Jetzt nochmal ein Teamkill, ein schöner Hat Maja wieder nicht angesagt, dass sie B sind Doch, hat er hat er Scheiße Muss ich meine Freundin jetzt mal einen Schuss nehmen Oh, hast du gehört? Oh, Freundin Freundin We win team time, let's go Einer Todesgang mit Hulo Ja, wir kommen hier Kommt der Short Hab ich Kommt der Short Kommt der Short Kommt der Short Kommt der Short In der Mitte In der Mitte sitzt auch eine Arbe, ne? Ja, geh, geh saufen Der geht jetzt bestimmt auch Short Ja Obwohl du hast 13.000, geh nicht saufen Bomb has been planted Nochmal schön abgesteppt Hier, hier bin ich Paktik Jump shot, jump shot Wenn ich so einen Arbe-Spieler vor mir hab, dann nehm ich mir jetzt eine Pistole in die Hand und dann einfach drauf So, kann jemand was legen? Bot Frank Lass mal Alarm durchpuschen Lass mal Alarm durchpuschen Lass mal Alarm durchpuschen Und Arbe Spawn, wir haben die Bombe auf Zwei noch am Spawn Noch einer, noch einer, noch einer Okay, Spawn Ne, der andere ist tot Ja, blau hat sich nie wieder die Waffe gekrallt Schöne Flash, bei mir, lang Oh, lang Sorry, sorry Ich hab ne Steps gehört Ich helf der Meier Awesome, Alter Ist die abgeprallt? Hier bist du Awesome, Alter, awesome Ist die abgeprallt? Ja Oh, awesome Der ist wahrscheinlich auch nicht abgeprallt, oder? Doch Von einem Matchmack ging ne ganze Complication an, fell sehr groß Ja Na die muss oben an dem Gerüst Pfeiler abgeprallt sein, ich wusste gar nicht, dass das überhaupt geht Alles hat seine Physik Ja CS hat glaub ich Physik Oh, da kommt Mitte kommt hart Steppen vor mit Ja Feier in Behold Grenade out Blank down smoke Status Müssten alle lower drin sind Noch einer, noch einer, noch einer Two guys left Infendiary out Was ist denn der Bat gestorben? Der war doch auf short Oh, letzter, Mitte He's coming short He's coming short Ja He is mid Ah ne, alter He's running out Seen und Ecke Boah, ich glaub das einfach nicht ne Wie behindert kann man denn sein? Och, wie kann man sich nur so locken lassen? Geil, letzte Runde kein Geld für irgendwas Was? Da war ein Pots Frank Wie geht denn da aggro? Schöne letzte Runde Meyer nimmt's in die Hand Flashbang Deploying Flashbang Report in Ich glaub das ist frei Feier in Behold Feier in Behold Feier in Flashbang Geht der Step Grenade Anatone Komm short Einer Tunnel Zwei short durch Komm nicht hoch Er, er könnte durchziehen, wenn er sich... Wer ist? Ich guck kurz Wo ist der? Ich guck kurz, war der mit ein Na, ich guck kurz No, ich guck kurz Was geht denn? Easy peasy Einfach durch Easy peasy So, jetzt absetzen Und dann verlieren Ich würd echt meinen, du würdest, äh, Call of Duty spielen Ne? Das fackt jetzt gerade ein bisschen ab Boah, Tech-9 Kano Das Lack ist wieder auf meiner Seite